What's going on right now? Servus oder grüßt euch, hier ist der Olli, nachdem wir jetzt am Flughafen waren, erst am JFK, dann am Newark Airport und mein Papa angekommen ist, sind wir jetzt hier am Times Square, es ist was los, schaut euch das an, es ist unwahrscheinlich, was sich hier getan hat, vor einem Jahr war hier keiner und jetzt da, da ist für Immigration Reform, da drüben ist was los. Da schaut euch das an, Immigration Reform, und dann schaut euch das an, Biden, where is the reform? Ignore the parole, da ist Schumer. Let's go, Brandon. Nice. Das ist New York City heute, am 8.11. Wahnsinn. Und da ist wieder was los, schaut euch an, morgen früh ab 7 Uhr, also 9.11. ab 7 Uhr früh, ProSieben und die Welt, da seht ihr was. Und dann Ende der Woche für RTL. Wow, die solltet ihr singen lernen, ne? Die Anzeigentafel da drüben ist schon ganz geil, oder? The big plot. So, liebe Leute, geil ist es, jetzt sagt noch mal kurz der Gerhard, hallo, ne? Der Vater. Cool. Papa, sag mal kurz hallo. Hallo. Schau, da ist der Vater, alles gut? Ja, alles gut. Super, da ist er immer noch fit, ne? Wahnsinn. Also, wir sehen uns morgen, bis dann. Servus und ciao, sagt der Olli. Und da vorne ist meine Ex-Freundin beim New York Times Gebäude, ne? Da, wohooo. Wo ist der Ball? Wo ist die Kuh? Süß schaut sie aus. Ciao. Wo ist die Kuh?